Der Verein Women in Law – Frauen im Recht ist eine international tätige Organisation, die aus Wien heraus operiert. Zusammen mit meinem Kanzleipartner und Male Ally, Professor Franz Heidinger, habe ich die Initiative im Jahr 2018 gegründet, um gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen gegen die immer noch bestehenden Ungleichheiten in der Rechtsbranche zwischen Frauen und Männern anzukämpfen. Women in Law vernetzt Frauen im Recht aus der ganzen Welt und bietet ihnen mit der jährlichen Internationalen Konferenz und den Justitia Awards eine internationale Plattform, um voneinander zu lernen und einander zu inspirieren. In der vierten Internationalen Women in Law Konferenz analysieren wir aktuelle Themen rund um die Geschlechtergleichstellung in der Rechtsbranche. Expertinnen aus der ganzen Welt vermitteln aktuelle Forschungsergebnisse in Vorträgen und in praxisnahen Workshops. Da lernt dann die Frau die Umsetzung im Arbeitsalltag. Die Themen der vierten Internationalen Women in Law Konferenz sind Gen Z Young Voices 2.0. Wir wollen junge Stimmen zum Reden bringen. Eliminating the Gender Pay Gap – A Call to Action – endlich gleiche Gehälter für gleiche Leistungen. Women's Rights – Age and Disability – ein wirklich wichtiges Thema. New Work – Tech, Platforms and AI – etwas, das uns tagtäglich bereitet und uns immer neue Erkenntnisse bringt. Anti-Discrimination – Gender Equality 2.0 – wie gehen wir endlich damit in der Praxis um? Intergenerational Career Planning – etwas besonders wichtiges, weil Frau macht viele Stationen im Leben durch. Im Zuge der Konferenz verleihen wir 2023 bereits zum vierten Mal die Justitia Awards an Juristinnen aus der ganzen Welt in drei Kategorien, um sie für ihre herausragenden Leistungen auszuzeichnen. Wir sind überzeugt, dass Frauen sehr wohl in dieser noch männerdominierten Branche glänzen können. Auf unserer Website kann man sich bis zum 31. März 2023 bewerben für die Auszeichnung. Die Gewinnerinnen werden im Rahmen der feierlichen Verleihungszeremonie der Justitia Awards am Abend des 15. September 2023 erstmals präsentiert. In unseren Women in Law Lehrveranstaltungen, die wir an verschiedenen Universitäten in Österreich abhalten, bereiten wir die Next Generation auf den juristischen Arbeitsalltag vor. Wir sensibilisieren Studierende für Diversität, Rollenklischees und Hürden für Frauen in der Rechtsbranche. Gemeinsam entwickeln wir mögliche Wege, um diese zu bewältigen. Die jungen männlichen Kollegen gewinnen wir als Unterstützer. Das sind dann unsere Male Allies der Zukunft. Für eine bessere, gemeinsame Zukunft. Unsere nächste Women in Law Konferenz findet vom 14. bis 16. September 2023 in Wien statt. Wir hoffen sehr, euch im September in Wien begrüßen zu dürfen.